So Leute, willkommen zum neuen Video und zwar wollte ich euch nur sagen, Fortnite ist einfach nicht mehr für Kinder. Schaut euch das an. Fortnite ist nicht mehr für Kinder. Und danke, danke, dass ich hier ein rubbeln darf, Mausi. Ja, Alter. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Ninja Boy sagt Tschüss.